Infernal Sky 2 Ich habe es getan, ich habe Minecraft geupdatet. Version 1.3.1. Warum habe ich das gemacht? Ich habe nochmal ein bisschen in den Changelog reingeguckt, habe mir gedacht, so viel wird sich jetzt doch nicht geändert haben. Ein bisschen mehr XP, wenn ich Sachen meine oder so, ist nicht so schlecht. Außerdem brauche ich weniger Bookshelves für maximale Enchantments. Jo, ich würde sagen, wir treffen uns gleich an der Intersection 1 wieder und ich gehe ins nächste Gebiet. Macht's gut, bis gleich. Wie ich doch gerade so am Kohle mir besorgen war, habe ich doch eben gerade noch was entdecken können. Und zwar hier hinten. Oh, da hinten ist es dunkel. Da machen wir lieber mal zu. Wie ihr seht, ich muss mir auch noch Blöcke besorgen. Aber was ich hier gesehen habe... Enchanted Leather Armor. Kann nicht schaden. Nehmen wir mit. Legen wir später an, falls unsere Eisenrüstung hinüber ist. Ja, ich sammle jetzt noch ein paar Blöcke und dann sehen wir uns wirklich an der Intersection wieder. Bis gleich. Okay, Leute. Wir sind wieder an der Intersection. Ich werde mich nach Skygarden aufmachen. Gut, dass ich mir Blöcke mitgenommen habe. Jetzt wieder in den schönen Schleichmodus gehen. Ich hoffe, uns wirft hier mal wieder nichts runter. Natürlich habe ich nicht vorher geguckt, was in dem Gebiet auf mich wartet. Ich will natürlich die Map für mich spielen. Natürlich auch für euch. Aber ich will natürlich bei der ganzen Geschichte auch ein bisschen Spaß haben. Vielleicht nochmal ein paar Worte zu dem 1.3er Update. Viele haben ja geschrieben... Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es allein an meinem Setup liegt, dass das bei ihnen mehr Legspikes etc. hat. Das kann ich jetzt so direkt nicht bestätigen. Von daher spiele ich das jetzt einfach mal so und stelle mir nicht vor, dass da was nicht funktioniert. Da hat er uns fast gekriegt. Das war knapp, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Machen wir das Ganze doch mal so. Hint, you can farm all types of things here. Yes, even snowballs. Ob wir die brauchen? Hm, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich mache mich aber gleich mal da dran, hier überall Fackeln zu setzen. Zumindest da, wo ich langlaufe. Damit es nicht hier eine böse Überraschung gibt. In der Nacht. Weil ich keine Ahnung habe. Was uns hier erwartet. In den Sky Gardens. Ist natürlich hier jetzt sehr weitläufig. Sodass ich eventuell eine Menge an Fackeln verbrauchen werde. Aber ich habe ja genug Kohle mir besorgt. Aber wir sollten halt zumindest einen Pfad haben, der für uns sicher ist. Weil ich keine Ahnung habe, wo es hier lang geht. Ich weiß nur aus dem Let's Play mit Red Wolf von Lathomir, dass in so einem Wald Fackeln ganz, ganz wichtig sind. Hey, ein zugefrorener See. Das ist lustig. Hätten wir ein... Ich nehme mal ein bisschen Glowstone. Und da unten ist Wolle. Puh. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das die einzige hier in der Gegend ist. Es scheint mir doch ein wenig unwahrscheinlich. Wir werden es sehen. Oh, ein Skelett. Hallo. Was mich natürlich jetzt interessiert, sind das hier... Nein, sind keine Silverfish-Blöcke. Bauen wir uns hier mal so eine kleine Sicherheit hin. Oh. Mehr Wolle. Und weniger Blöcke, die ich habe. Das ging ja jetzt schnell. Ich wette eigentlich, dass ich hier noch irgendwo reinfalle. Eigentlich, wie gesagt. Ich würde gerne mal gucken, ob es hier irgendwo noch weitergeht. Ich würde gerne mal gucken, weil, wenn ich mir vorne Sand besorge, dann könnte ich mich eventuell... Ah, ist ein bisschen weit weg. Ich hätte halt überlegt von oben drauf. Aber, aber... Eventuell können wir das sogar machen. Dafür bräuchte ich nur wesentlich mehr Sand, den ich mir von oben holen kann, so wie es aussieht. Hier machen wir noch mal ein bisschen Licht. Ohne Licht gefällt mir nicht. Oder wir gucken einfach noch mal schnell, wo es hier oben weitergeht. Vielleicht kommen wir ja von da auch irgendwie dahin. Da ist auf jeden Fall ein Creeper. Den wollen wir doch mal ein bisschen spielen. Ja, ich habe übrigens zwei Fire-Aspec-Schwerter bekommen. Ich darf mal gleich an ihm ausprobieren. Hallo. Why you know? Go. Oh. Ja, ich merke jetzt den Unterschied. Das hier ist jetzt... Ach ja, genau. Da drauf wollte ich hinaus. Ähm. Hier geht es nach unten. Der Singleplayer und der Multiplayer, die sind jetzt gemerged. Das heißt, die Bugs, die früher im Multiplayer waren, die gibt es jetzt auch im Singleplayer. Beziehungsweise wurden jetzt auch schon eine Menge der Bugs gefixt. Also Mojang saß da auch nicht untätig rum. Hat gemerkt, sein Spiel ist im Multiplayer nicht so schön. Aber diese gemeinsame Code-Basis für den Multiplayer und den Singleplayer hat natürlich den Vorteil, dass sie nicht immer alles doppelt und dreifach implementieren müssen, weil bisher hatten sie es so. Ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, sich so eine Mühe zu machen. Es hat natürlich darunter... Also, es heißt hier eigentlich nur Mühe machen. Darunter hat natürlich auch die Güte des Spiels gelitten. Ganz klar, wenn ich eine uneinheitliche Basis habe, auf der ich programmiere, ja, es kann in der Regel eigentlich nicht gut gehen. Ich leuchte die Sachen hier jetzt alle nochmal ein bisschen aus und werde mir dann vermutlich ein bisschen Sand besorgen. So wie es aussieht. Ich habe zwar ein bisschen Schiss, da runter zu segeln, aber naja, wir werden es sehen. Eventuell schneide ich das auch ein bisschen, damit es nicht so arg langweilig für euch wird. Ich kenne das ja, wenn ich bei so Sachen zugucke. Das ist nicht immer unbedingt das Spannendste. Aber wenn wir hier schon mal alles ausgeleuchtet haben, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich besorge mir jetzt mal ein bisschen Sand. Beziehungsweise würde ich sagen, ich mache hier einfach einen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich mir ein bisschen Sand gesammelt habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ich gucke mal, ob es hier nach unten geht. Das sieht schon ganz gut aus. Gehen wir noch eins weiter nach hier. Uh, böse Töne. Ja, das ist gut. Wollen wir nochmal gucken, wie viel Sand ich brauche, um runter zu kommen. Je nachdem wege ich eventuell mir einen Schutz rundherum zu bauen. Aber dafür reicht es glaube ich nicht ganz. Ich werde dann einfach mich nach unten graben. Ne, dafür reicht es nicht. Ich brauche fast einen halben Stack allein dafür und meinen Bogen benutzen. Um hier schon mal ein paar Monster vom Hals zu schaffen. Und zack. Und zack. Und zack. Die Skelette sind eigentlich die schlimmsten. Die können mich nämlich runterschießen. Huh, da ist ja Party. Vor dem Rest brauche ich nicht wirklich Angst zu haben. Da baue ich mich dann einfach wieder nach oben. Probierst du es einfach mal so. Wobei, da drüben. Ja, mal gucken. Die Kiste für uns von Wert sein kann. Und wir graben uns rein. Und haben die Wolle. Was mich wundert ist, dass die Spinnen uns nicht attackieren. Ich frage mich natürlich, was das hier alles für Sachen sind. Jetzt kommen sie. Kommt die hier hoch. Hm, 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 hm. Können natürlich probieren. Es sind viele. Es sind viele. Und das war ja super schlau. Und das hat auch nichts gebraucht. Oh, da ist es. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Eventuell. Ich habe noch eine Idee. Probiere ich mich hier lang zu tunneln. Ach, was soll's. Ich muss mir nur einen Weg hier hoch schaffen. Oh, das geht auf die Nase. Oh. Nein, das ist keine gute Idee. Bei so vielen Skeletten. Nein. Und. Und. Uuh. Schnell hier zu. Okay. Das ist abgeschrieben. Da gehe ich nicht mehr hin. Nein, nein, nein. Außer ich grabe mich unten. Ich muss mich natürlich anpeilen, wo das ist. Never tick straight down. Okay. Probieren wir es mal. Nicht gut. Haha. Haha. Nicht das Einfachste. Ich bin natürlich so gierig und will... Oh, 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 hier hat es schon den Boden weggesprengt. Hier müssen wir jetzt extrem vorsichtig sein. Wenn wir... Ah, genau das passiert dann nämlich. Die stürzen sich in den Toten, um uns zu kriegen. Wenn es doch bloß einfach wäre. Der Vorteil ist natürlich, wenn wir jetzt einmal in der Nähe sind. Haben wir keine Blöcke mehr. Ich brauche natürlich auch noch Blöcke, um hier rauszukommen. Deshalb nehme ich jetzt mein Holz. Hat es jetzt die Kiste zu hauen? Na toll. Also da waren anscheinend viele Potions drin. Und dann ansonsten... Nichts wirklich. Ich sag mal jetzt einfach mal die ganzen Potions ein. Was brauche ich denn nicht? Ich brauche... Alles von dem, was ich habe. Ja, soll erstmal reichen. Also viel Ärger um nichts. So, da oben sind noch Spinnen. Die werden noch loswerden müssen. Aber da wäre ja hier so cool, dass man unten schlagen kann. Ist das auch nicht so schlimm. Ist jetzt hier noch einer? Keine Ahnung. Es geht wieder nach oben. Die Wolle haben wir also auch. Ich habe mich jetzt nicht... Warum ich da unten nicht ausgeleuchtet habe. Ich habe mich jetzt nicht getraut... Auf dem Schnee eine Fackel zu setzen. Weil ich nicht haargenau so damit vertraut bin. Was dann mit dem Schnee innerhalb kürzester Zeit passiert. Aus dem Grund habe ich das nicht gemacht. Mal kurz gucken auf die Uhr, wie spät das ist. Ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach schnell noch zum Victory Monument zurück. Und platziere mal die neuen Wollen, die wir gekriegt haben. Sind immerhin schon ein paar mehr. Das wird doch wieder Nacht. Ich würde sagen, wir sehen uns am Victory Monument. Nicht wahr? Also, bis denn. So, auf dem Rückweg zum Victory Monument. Und ja, ich weiß, ich bewege mich immer auf sehr, sehr schmalen Abhängen. Aber ich habe ja hier größtenteils die Monster beseitigt. Zumindest rede ich mir das ein. Nein, Spaß beiseite. Ich will noch mal schnell ein paar Sachen in die Kisten hauen. Ich brauche auch bald mal eine andere Kiste. Was haben wir denn jetzt eigentlich platziert? Wir haben jetzt hier zwei Wollen bekommen. Ach, stimmt. Und noch die von letztes Mal. Das sollte du so doch hinhauen. Noch was essen, schnell. Ich muss mir auch bald nochmal wieder Pilze farmen. Aber jetzt erst mal. Wo haben wir sie denn? Orange Wool platziert. Das müsste Light Blue sein. Light Blue Wool platziert. Und das ist Purple. Wo haben wir Purple? Light Grey Purple Wool platziert. Das lässt uns mit dem Diamantblock, mit der schwarzen, roten, grünen, braunen, blauen, cyan, hellgrau, grau, pink und magenta zurück. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wollen. Und ein Diamantblock. Das heißt, wir haben schon sechs Wollen geholt. Haben da fast die Halbzeit erreicht. Und der Diamantblock erfahrungsgemäß halt relativ spielt im Spiel. Weil er wird einem ja auch nicht zu Anfang direkt die Diamantrüstung geben. Aber wenn wir uns die Diamantrüstung geholt haben. Ich habe jetzt leider hier eine ziemlich lädierte Eisenrüstung. Aber ja noch die Enchanted Leather Tunic und so weiter. Wenn er die einem dann gibt, dann wird es auch ein bisschen einfacher. Weil die Monster nicht mehr so viel Schaden machen. Ja. Also verabschiede ich mich von euch. Mit dem 1.3 Update. Und wünsche euch noch viel Spaß. Und ich freue mich auf weitere Folgen mit euch. Macht's gut.